und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten folge aus dem krankenhaus hier es geht weiter war ja spannend mal schauen wie viel es noch ist vielleicht wird die runde ja ein bisschen kürzer wir werden sehen so wie es passt also gammelfleisch findet man hier genug große labor ja leicht verstrahlt die verstrahlung ist gar nicht gut alle meine und seine kommt auch schon wieder toll wo es hierher gerannt kommen ein paar sind noch jetzt vielleicht runter gefallen nein da ist noch einer kann in dem fall eine war eines wird gewunken na prima das ist ein kandidatin such mal wieder ewig naja oder hat er sich irgendwo versteckt ein noch hier zu sein wird schon kommen schön viel laborausrüstung die kein mensch braucht hau weg selbst kaffee schmeißen wir mal weg hallo hier hier ist keiner hier ist keiner zu na komm lass die schränke hier wo geht es jetzt hier raus wo geht es jetzt hier raus gute frage oder übers dach kann ja nicht sein ich glaube nicht dass es hier noch wo ist es denn hier wo ist es denn da kommt einer ist noch er hat kopfschmerzen das ist nicht in einer trend schwanerei hallo das sind ein paar viele oder merkt man gleich mal einen unterschied zu den wastelands weniger grüne da kommt irgendwie ist der entfälle dann essen immer noch mal schmerzmittel nehmen wir noch mal hier was noch ein käppchen dann ich will die jetzt nicht suchen weil wir machen erst mal das eine die wird sich den weg zu uns durch klopfen wenn sie zu uns will ging ja mal gut lernen das ist ein tolles geschenk naja nicht wirklich aber man nimmt die geschenke wie sie kommen es zittert das spiel und dann repariert die keule mal vorsichtshalber die weg okay und so geht es natürlich auch ich war es nicht ich bin schon im pohr drin muss man so sagen sind jetzt nicht wenig dass wir immer euch die türen aufmachen muss dass sie das nicht selber können immer mitten in die gusche rein 22 uhr ab jetzt wird es bunt da kommt zunächst das kann weg das gemeine ist ich kann davon nichts mehr einstecken taschen sind voll und ja ist ja egal wir brauchen ja eh nix wir gucken wenigstens rein in die kisten oder ja lass liegen da müssen wir doch langsam irgendwann mal am ende oben sein kaffee läuft noch jetzt packt er die grünsitzersacken aus und wer habt ihr wohl nicht ging es noch mal hoch jetzt zu ausgang ausgang muss doch irgendwann ein ende geben oder immer so im verband aufpassen ja also ein bisschen gesundheitsverringerung aufpassen ja 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 Ich bin verletzt, ihr dürft mich nicht. So und die Schnittwunde, na heilen wir, machen wir heile heile, komm. So, wo ist der Rest? Was ist die Pfeilenkiste? Hier ist keiner. Irgendwie müssen noch ein paar sein, es ruckelt noch ein wenig. Hier sind wir hoch. Hier waren wir. Da kommen wir dann oben lang, okay. Äh, Trappenhaus, da lang, da lang, hier lang. Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Hey, du darfst dich nicht durchs Loch zwängen. Komm, nimm mal großes. So, jetzt war ja wieder, die kommen ja von oben und fallen runter. Wenn die hier durchfallen, haben wir ein Problem, dann suchen wir sie wieder im ganzen Krankenhaus. Äh. Ja. Die anderen waren aber heile, okay. Jetzt schon? Na ja, bleibst du halt hier, da ist zu. Geh weg. Dann. Ja. Oh, je. Ja. Ja. Ich erwisch den Kaya nicht. 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 Das liebe ich ja so sehr den Rest zu suchen. Die Kaya fliegt hier auch noch rum. Könnten allerdings auch noch hier oben sein. Ah, kommt. Meinerweise sind irgendwelche ganz unten. Die jetzt wieder finden. Oh, da. Oh, ja, ja, ja. Da bleibt liegen. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe schon wieder Hunger. Und ich habe schon wieder Hunger. Oh, ja. Oh. 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 brauchen wir auch nicht nur das mitnehmen das mitkommen ist schon ein trauerspiel oder ja wohin damit wir gucken wenigstens rein vielleicht gibt es ja was zu essen wir sind zwar noch nicht durch einer geistert nur irgendwo rum und verklemmt sich doch war aber trotzdem sehr angenehm war viel los immer auf braucht man nicht kaffee kann hier rein papier kann weg kommt die kommen aber eigentlich da nahrungspaket müssen wir mal gucken öffnen und da was zu essen das ist gut super hat sich gelohnt dann nehmen wir das wieder mit ansonsten die karte kann natürlich lesen noch die kohle was auch sonst du kommst du damit die schlange ist voll kannst du es nicht nehmen ich kann es noch nicht mal zerlegen ja wir brauchen sie auch nicht noch ein bieter so war das nicht gedacht ja noch mal hochgehen dann um den du zu holen wir haben alles was wir brauchen können wir lernen was noch was soll das hermann ja deine keule aber trotzdem mal und trinken wir noch einen kaffee einer ist noch vergisst das ist noch nicht mal freund und gehen zu suchen wird es wird das ein kampf irgendwo da drüben ich höre es die frage steht denn da oben oder unten vor allem da zeigt er nicht an dass es der letzte ist wir gehen wir hier runter irgendwo da drüben 10.000 die übertreibend wieder ich komme ich rette dich hatte ich gedacht ich war versucht noch zu weit weg die sind die unten oder wo oben war doch keiner mehr oder das sind genau die momente wo ich noch gar keine lust drauf habe die zu suchen da unten noch mal jemand ist das wo sie denn jetzt hin so damit war es das dann damit haben wir diese mission auch erschlagen mit einer schöneren mission wir gucken gleich mal drauf wie vieles warm kommt du kommst du auch noch mit dazu ruhe ruhe endlich ruhe komm wir schauen mal wir sind gestartet bei 19.597 und hatten schon eine handvoll gemacht also sagen wir ungefähr 200 ja prima gut dann fahr ich mal wieder nach hause ist ja nicht so weit weg war ja doch zweieinhalb kilometer packe meine taschen aus und wir sehen uns dann morgen beim händler wieder mal gucken was er uns gibt und ob er vielleicht noch eine mission hat die wir nicht kennen oder die wir noch nicht gemacht haben wenn sie sehen die sinnvoll ist ja also liked die folge abonniert den kanal schaltet wieder ein vor allem aktiviert die glocke dann verpasst ihr auch keine folge und wir sehen uns dann später in diesem sinne tschüssikowski und bye bye